hallo zusammen seid ihr auch so sport begeistert und geht gerne täglich joggen um möglichst viele kalorien abzubauen und euren körper auf top form zu halten nun dann ist vielleicht so eine personenlage genau das richtige für euch denn damit habt ihr jederzeit gewicht im überblick und da es aktuell schon sehr viele modelle auf dem markt gibt haben wir uns mal die mühe gemacht für euch die fünf besten beliebtesten personenwagen heraus zu suchen welche aktuell so das rennen machen mit dabei sind sehr interessante personenwagen die zum teil auch eine smartphone app unterstützen und wir präsentieren die euch heute mit allen vor und nachteilen deswegen würde ich sagen wir fangen auch direkt an und starten dann am besten direkt mit platz fünf und dort landet bei uns die viva fit personenwaage hier schauen wir uns am besten mal direkt die vor und nachteile auf einen blick an da wäre zum einen der wirklich sehr günstige preis das sehr elegante design es besteht aus sicherheitsglas haben wir eine step on technologie präzise sensoren ein rundes display eine überlast anzeige und die nachteile es gibt hier leider keine smartphone app und auch keine display beleuchtung jetzt würde ich sagen schauen wir uns mal die produktdetails zu dieser waage etwas näher an wir hätten hier zum einen vier mess sensoren sie ist sehr flach und hat eine sehr harte oberfläche wir haben hier sechs millimeter sicherheitsglas die tragkraft beträgt bis zu 180 kilogramm wir haben hier 0,05 kilogramm schritte sie hatten überlast anzeige eine auto ein aus funktion und wird mit einer cr20 32 batterie betrieben diese personenwaage gibt es günstig auf amazon zu kaufen und daher verlinken wir euch auch diese mal unten in der video beschreibung also schaut dort mal rein klickt den link am besten direkt jetzt mal an da kommt ihr zu dieser produktseite könnt ihr die personenwaage wie gesagt jetzt oder nach dem video noch mal in alle ruhe anschauen kommen kurz zum preis 16 euro 99 ist wirklich ein super preis sehr günstig und auch hier ist wirklich alles mit dabei was man im grunde für eine waage benötigt raus mal kurz die produktbeschreibung an hier wird man alles genau erklärt wie man sie auch hier bedient was die technischen daten sind und wie diese auch optisch hier aussieht jetzt würde ich sagen schauen wir uns mal die bewertungen direkt an denn die fallen alle wirklich sehr gut aus werden wir wirklich eine sehr schnelle messung durch diese hochpräzise waage mit den messsensoren und auch ansonsten gibt es ja meistens nur vier bis fünf sterne bewertungen die waage ist wie gesagt unten in der video beschreibung verlinkt wenn ihr also interesse daran haben solltet dann klickt den link direkt mal an dann kommt ihr zu dieser produkte dann könnt ihr euch das nach dem video noch mal in alle ruhe durchlesen und nun kommen auch gleich zu platz 4 und dort landet bei uns die active era personenwerke und auch hier schauen wir uns natürlich mal die vor und nachteile zu allererst an und die können sich ja auch wirklich sehen lassen wir haben einen sehr günstigen preis ein durchsichtiges design sie ist extrem flach hat präzise sensoren ein sehr großes lcd display sicherheitsglas und eine überlast anzeigen die nachteile auch hier gibt es leider keine smartphone app und keine körperfett messung dann schauen wir uns auch mal hier kurz die produkte teils etwas näher an wer mir vier messsensoren mit dabei die eine gesamte dragkraft von 180 kilogramm aushalten 0,1 kilogramm schritten es gibt eine überlast anzeige eine anti rutscht rittsicherheit eine auto ein aus funktion wird betrieben mit zweimal a batterien und sie ist ce zertifiziert nun würde ich sagen schauen wir uns mal diese personenwagen direkt auf amazon an und natürlich gibt es auch diesen link zu dieser waage unten in der video beschreibung also klickt mal auf den link drauf da kommt ihr zu dieser seite und könnt euch auch diese personenware nach dem video noch mal in aller ruhe anschauen gehen wir jetzt kurz wieder auf den preis ein sie kostet aktuell 19 euro 99 ist eigentlich sehr gut ist auch hier in amazon choice also wurde schon von sehr vielen zufriedenen kunden gekauft schauen wir uns nun mal die details dazu an hier kann man das design sehen dass es hier sehr durchsichtig besteht aus glas und auch hier das schöne große display was blau leuchtet ist natürlich auch sehr praktisch wenn auch mal gerade das licht in eurem badezimmer nicht an sein sollte jetzt würde ich sagen schauen wir uns mal die bewertungen dazu an die können sich auch sehen lassen ist eine sehr tolle waage sie ist ultra genau und auch schnell in der messung gibt es also wirklich hier nichts negatives zu berichten wie gesagt den link zu dieser personenware gibt es auch unten in der video beschreibung also schaut dort mal rein klickt ihn am besten direkt jetzt mal an und dann kommt ihr zu dieser produktseite weiter geht es mit platz 3 und landet bei uns die lj personenware schauen wir uns auch mal hier die vor- und nachteile an werden wir zum einen auch einen sehr guten und günstigen preis ein hochpräzise sensoren technologie wir haben hier ein großes lcd display sie ist aus sicherheitsglas hatten überlast anzeige sie ist für mehrere benutzer geeignet und hat touch tasten die nachteile auch hier gibt es leider keine smartphone app und sie hält nur ein gewicht von bis zu 150 kilogramm aus jetzt würde ich sagen schauen wir uns mal die produktdetails noch mal etwas näher an wir haben hier vier messsensoren sie hat wie gesagt 150 kilogramm dragkraft sie macht das in 0,1 kilogramm schritten sie hat eine überlast anzeige ein schönes weiß lcd display es wird betrieben mit zwei batterien kann körperfett bmi und die muskelmasse da sogar anzeigen zu kaufen gibt es diese personenware selbstverständlich auch hier auf amazon zu einem wirklich sehr guten und günstigen preis und der link den gibt es gut in der video beschreibung also schaut mal rein klickt den link mal an da kommt ihr zu dieser seite müsst die waage nicht ewig suchen und könnt euch hier nochmal genau darüber informieren der preis 19 euro 99 ist auch wirklich sehr gut auch hier in amazon choice produkt sie wurde also schon von sehr vielen glücklichen kunden gekauft haben wir mal hier die beschreibung noch mal etwas näher an hier wird man alles genau erklärt mit den technischen daten und auch hier können wir das schöne große display sehen was auch hier ideal bei dämmerung also wenn euer badlicht nicht alles gut ablesbar ist die touch tasten sind auch sehr praktisch auch alle weiteren funktionen sind klasse die bewertungen fallen auch gut aus eine echt gute waage sehr schöne waage mit extra funktionen und auch hier kann man sich nicht beschweren wie gesagt den link zu dieser waage den gibt es gut in der video beschreibung klickt dort mal drauf da kommt ihr zu dieser seite könnt euch dann im nachgenein nochmal alle funktionen zu dieser waage genau durchlesen und euch nochmal darüber informieren nun würde ich aber sagen gehen wir auch gleich weiter und zwar zu platz 2 und dort landet bei uns die health keep personenwaage schauen uns auch mal hier die vorteile direkt auf einen blick an vielleicht kann man schon erkennen hier gibt nämlich das smartphone app also wir haben hier in guten preisen gehörter des glas hellweiß lcd display der bluetooth anbindung eine intelligente smartphone app 13 körper kennwerte werden hier gemessen wir haben ihren baby modus sogar mit dabei die nachteile die app sammelt leider ein paar mehr daten und der umständliche login ist natürlich auch nicht gerade von vorteil nur gehen wir mal kurz zu den produktdetails und schauen uns die noch mal an wir haben hier vier messsensoren mit der maximalen tragkraft von sagenhaften 180 kg und des 0,05 kg schritten eine überlast anzeige großes display optionalen sicherheitscode sie schaltet automatisch beim betreten ein und wird betrieben mit zwei batterien eine körperfettfunktion ist zudem auch noch dabei nun schauen wir uns mal hier diese waage auch noch mal direkt auf amazon an und natürlich gibt es auch diesen link zu dieser waage unten in der video beschreibung also schaut dort mal rein klickt den link mal direkt an dann könnt ihr euch auch hier noch mal so ein video dazu anschauen gehen wir kurz auf den bereich ein 29,99 euro ist wirklich hier ein sehr guter preis wenn man bedenkt dass die hier sogar eine app anbindung mit dabei hat womit man wirklich hier sehr präzise seine gesamten daten im überblick behalten kann wir gehen etwas weiter runter und schauen uns hier mal die technischen daten an sieht soweit eigentlich alles sehr gut aus auch die app macht auf uns guten eindruck kann sie wirklich sehr gut bedienen und überall dann auch verwenden jetzt würde ich sagen schauen wir mal die bewertungen zum schluss noch mal an der preis ist wirklich super für die waage und auch sonst können sich die bewertungen sehen lassen die waage gefällt vielen wirklich sehr gut wie gesagt auch hier gibt es den link und in der video beschreibung also schaut dort mal rein klickt den link direkt jetzt mal an und guckt euch die waage dann im nachhinein nochmal nach dem video in alle ruhe durch kommen nun zu platz 1 unserem vergleichssieger und dies ist die rempo personenwaage und hier schauen wir uns auch mal direkt die vor- und nachteile zu allererst an wir haben hier einen sehr guten bereich ist aus hochwertigen materialien gefertigt weil es eine sehr hohe genauigkeit auf hat eine bluetooth anbindung und auch eine smartphone apps ja fast 13 körper kennen werde hat der glas oberfläche ein sehr schlankes design der einzige nachteil man kann sie leider nicht per usb aufladen aber das können auch die anderen marken hier nicht weiter geht es mit dem produktdetail sie hat vier hochpräzise sensoren mit dabei eine maximale tragkraft 180 kilogramm macht es 0,05 kilogramm schritten sie hat die überlast anzeige sie schaltet automatisch beim betreten ein sie hat dreimal aber darin die messdaten werden zudem auch noch synchronisiert mit der app sie kann noch körperfett bmi und die muskelmasse erfassen diese waage bekommt ihr selbstverständlich auch auf amazon zu kaufen und auch diese verlinken wir euch unten in der video beschreibung also schaut dort mal rein klickt den link mal direkt an und dann kommt er wie gesagt hier zu dieser seite hier gibt es auch noch mal ein interessantes video wo nun mal einiges erklärt wird die waage gibt es übrigens auch hier in zwei verschiedenen farben einmal in schwarzen einmal in weiß der preis 32 euro 99 und auch hier in amazon choice also hier wirklich von sehr vielen zufriedenen kunden schon gekauft nun schauen wir uns mal kurz die produktbeschreibung etwas näher an hier wird nämlich alles ausführlich noch mal dargestellt und auch hier können wir sehen dass hier wirklich sehr viele funktionen mit dabei sind und ganz besonders praktisch finden wir natürlich hier diese smartphone app wenn der alle körper kennen werde ich hier im überblick gehalten werden können jetzt würde ich aber sagen schau es mal die bewertungen noch zum schluss an die waren auch sehr gut aus ist sie wirklich eine tolle waage mit sehr vielen funktionen und einem klasse preis und auch sonst funktioniert sie wirklich sehr gut wie gesagt den link dazu die gibt es unten in der video beschreibung also schaut dort mal rein klickt den am besten direkt mal an und dann kommt ihr zu dieser seite hier unser vergleich sicher steht also fest ist die rempo personenwaage jetzt schauen wir uns mal kurz die vorteile direkt auf einen blick an da hat man zum einen einen sehr guten bereits eine top qualität sie sehr genau hat eine bluetooth anbindung eine smartphone app kann bis zu 30 körper kennenwerte erfassen und hat eine glasoberfläche das soll es aber nun gewesen sein zu den top 5 der besten personenwagen unserer meinung nach wie immer gibt es alle informationen und links unten in der video beschreibung also schaut dort mal rein und klickt die links mal an wenn ihr mehr über heimtrainer wissen wollt dann schaut euch doch auch mal unsere webseite an www.heimtrainer-test24.de dort findet ihr vergleiche zu ergometern zu cross trainern zu ruder geräten aber auch zu kraftstationen dazu gibt es einen heimtrainer finder einen direktvergleich viele interessante produktberichte und wir haben ja auch hier einen sehr großen ratgeber der euch sehr gutes und spannendes wissen hier über mittel wenn euch dieses video gefallen hat dann gibt auch mal hier einen daumen hoch und abonniert unseren kanal bis bald